Beim Projekt Wiener Linienbau geht es um die Wiener Linien im doppelten Sinn, um die historische Stadtgrenze, den Wiener Linienwall, eine Grenze, die circa dort verlief, wo heute der Gürtel sich befindet, und um die Verkehrsbetriebe. Ich möchte eben bei diesem Projekt eine größere Ausstellung zu dieser alten Stadtgrenze auch zum Widerstand, den es gegen diese Grenze gegeben hat, zeigen. Aber ich möchte auch die aktuellen Grenzen, Grenzen, die jetzt im Wiener Stadtraum gezogen werden und die wir wahrscheinlich alle gemeinsam auch ziehen, diskutieren. Wie ich finde, passieren heute in den Wiener Linien oder im öffentlichen Raum in Wien sehr viele Ausschlüsse, sehr viele Grenzziehungen, wo Menschen über Aspekte von Sicherheit und Zauberkeit aus dem Verkehr und aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden.